Wie viele Kilometer gefahren? Gut verwundert. Warum seid ihr hier? Weil wir uns das Prof. Schulze nicht gefallen lassen. Warum seid ihr hier? Weil wir uns das Prof. Schulze nicht gefallen lassen, wegen dem Insekten-Schutzprogramm. Wir haben in Niedersachsen die Insekten-Schutz einen Weg, zusammen mit Umweltverbänden, NABU, Landvolk und LSV. Und Frau Schulze will jetzt bundesweit ein Gesetz durchdrücken, was aber tausend Hektare in die nicht mehr landwirtschaftliche Fläche zurückzuführen weiß. Das kostet tausende Betriebe, wenn das jetzt durchkommt Mittwoch. Das lasst uns nicht gefallen. Dankeschön. Viel Schnee, oder? Ja, ganz schön kalt. Wie viele Kilometer gefahren? Das waren, glaube ich, knapp 500 aus dem Eps-Land. Und Problem mit dem Sturm und Schneegrad? Ja, wir sind ja mit dem Auto, die Trecker wurden uns nachgebracht, war teilweise doch schon ganz schön, ja, platt, kalt und so weiter. Dankeschön. Dankeschön.